Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Wir stehen mit Cloud in der Villa von Don Corneo im Wall Market, wo wir am letzten Mal angekommen sind. Wir müssen Eris befreien, die von Don Corneo ausgesucht wurde. Tiefer haben wir gefunden und schon gerettet. Wir suchen jetzt mal Don Corneo in seinem Zimmer auf Cloud. Alles okay? Natürlich, wenn du mich nicht ernst nimmst, musst du dafür bezahlen. Eris, wir eilen zu dir. Juhu, komm schon, sei doch nicht so schüchtern. Jaja, aber Don, können Sie Matthias etwas erklären? Natürlich, liebe Sie, ich werde es dir ganz langsam Schritt für Schritt erklären. Also komm. Nein, das meine ich nicht. Nein, halt, warten Sie noch ein bisschen. Komm, komm. Au, ich kann nicht länger warten. Hier kommt Papa. Cloud. Was zum Geier ist los? Wer ist da? Entschuldige, Don. Verstehe, was? Halt den Mund, hier stemmt ihr die Fragen. Was sollen deine Agenten rausbekommen? Rede, wenn du es uns nicht sagst. Hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht, ich werde reden. Ich erzähle euch alles. Also erzählen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehr arm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden sie mich umbringen. Red schon, wenn du es uns nicht sagst, preise ich dir was ab. War, es war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du es uns nicht sagst... ...verschlag ich sie. Du meinst das ernst, nicht wahr? Oh mein, oh mein. Ich mache auch keine Spielchen, weißt du? Shinra versucht, eine kleine Rebellensgruppe namens Avalanche niederzuschlagen. Will ihr Versteck infiltrieren. Shinra sie wirklich niederschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihn sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird Peng machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, dass ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit mir zum Sektor 7? Klar, Tifa. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, warte, das dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie ein Dreckskar wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Weil er sich seiner Sache sicher ist? Okay, richtig. Es ist nicht gut, dass Shinra Avalanche so besiegen will. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass Avalanche ist, weil wir bei der zweiten Sektorexplosion aufgeflogen sind. Was machen die Vorbereitungen? Aha, sieht gut aus. Ich habe die Turks damit beauftragt. Präsident, sollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reeve? Willst du aussteigen? Nein. Aber als Leiter der Städteplanung hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun, deshalb. Reeve, deine persönlichen Probleme solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Bürgermeister? Kann man jetzt den Typen, der den ganzen Knacken Gebäude hockt und sich vollstopft haben? Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinrao? Du bist müde. Warum nimmst du mir nicht ein paar Tage Urlaub? Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass er bei deinen Stellen verstellt. Dann leiten wir die Shinra-Ink und eine Rettungsaktion ein. Okay, das ist perfekt. Geht's wieder? Ja. Geht's wieder? Mann, das ist furchtbar. Typisches Kanalisationsstand, wenn das vorne liegt. Naja, Schlips ist vorbei. Oder auch nicht. Ich spreche Feuer. Ich bin einer der leichtesten Bosse. Kann er mächtig austeilen. Ich denke, ich sei in so einem Tsunami eigentlich auch selber ein. Das ist viel mehr als hier. 1800 Lebenspunkte. Ja, wenn es dann so Limits voll sind, kriegen wir noch ein bisschen mehr Schaden zu stammen. Die Risslimits übrigens heilen. Ich bin einer der einen AG-R hin. Die Ressala-Dialik macht's nicht mehr Schaden. Ich kann nicht mehr Schaden. Ich bin einer der Ausgabe. Es dauert eine Weile der Kampf, aber eigentlich finde ich schwer. Man sieht, Chindra macht sich immer unbeleibler. Er zeigt die wahre Bosheit, nahe zu spielen. Die wollen die Avalanche ausrotten, also mitgekriegt haben wir hinter den Anstrengungen, dass die Reaktoren steckt. Ok stimmt, das verursacht stopp, habe ich schon gemerkt mit dem Querschlag. Dann werden wir dann selber aussehen wie die Kunden. Das sind Kinderheitig. Chindra deutet das halt nicht, wenn man Ärger macht. Es ist zu spät, Marlene, Pirate, die Stimme, die Leute in den Slums. Gib die Hoffnung nie auf, es ist nicht einfach den Pfeiler zu zerstören, oder? Ja, du hast recht, noch haben wir Zeit. Immer, es besteht immer Hoffnung Leute, immer dran denken. Was ist denn da oben an den Trank? Ist da auch eine Leiter, oder? Da, was ist denn da oben an der Runde? Es gibt ein bisschen Glitzschwab. Es geht doch unter Wasser. Ich bin nur aber wahrscheinlich auch gegen Eis anzüllen. Ich bin mal an der Runde. Ich bin auch an der Runde. Wir durften schon eine ganze Weile nicht mehr speichern, als wir uns umgezogen hatten. Ich habe keine Ahnung wie ich da rüberkommen soll, dann gehen wir erstmal weiter. So, weil ich hier nicht runtergehen kann. Die anderen waren nur ein Trank, aber die Materie rauben oder stehlen ist sehr sehr wichtig, die nehmen wir jetzt mit. Ich nehme jetzt mal ihr. Temps zu klauen, kann ich schaden. Lass uns versuchen runter zu springen. Das war's für heute. Das war's für heute. Die grünen Helfen, das ist ganz gut, dass man die von man rauf und runter geht an kann. Spielen wir uns später auch noch bei wichtigen Bossen, bis auf wichtige Temps. Die schwierig wären, die in manchen Bossen fast zu stehlen. Denn je schwieriger, je wieg gebessert das Temps, je länger dauert. Wir kennen das von Final Fantasy 9. Obwohl das Traum war Final Fantasy 8 ewig dauerte, dauerte das Zaubern war Final Fantasy 9 ewig. Dass wir mal eine halbe Stunde gegen Bossen kämpft haben, die wir noch besser besiehen könnten. Und hier steht mal nicht ganz extrem, aber auch in jedem Fall auch, ne. Jetzt haben wir hier das Gebiet, das haben wir schon mal gesehen. Von der anderen Seite, nämlich der Eisenbahnfriedhof. Eres, ich bin schuld, dass du in all das hineingezogen wurdest. Schick mich nie nach Hause. Schauen wir mal, wenn wir an den beleuchteten Zügen vorbeilaufen, müssten wir rauskommen. Lass mal speichern. Hier gibt es ganz viele Temps. Die Gegner so können. Sonst haben sie aber auch. Achso, das sind auch die Gegner vom Anfang. Obwohl, die sind jetzt genauso schwer wie die in der Kackensituation. Hier mit... Okay. So wie ein Eis. Hier komme ich ja jetzt eigentlich aus. Ähm... Von dem Thorsten war zum Beispiel der eine, der ehreste Arkt hat in der Kölkern. Die Gegner. Die Gegner. Dass du das und die Gegner anstattest. Die Gegner. So, das ist unten. Kann ich hier nach unten weitergehen? Nee. Werner probiert Eis, aber mit den anderen kann ich hier auch mit ordentlich treffen. Die schauen teilt mir nicht aus. Ich weiß nicht, ob die Läden als Zombies sein sollen. Wenn es Zombies sind, sind sie ja gegen Heilmangie, vor allem gegen Feuer. Ich weiß nicht, ob ich die Läden bin. Ich weiß nicht, ob ich die Läden bin. Ich weiß nicht, ob ich die Läden bin. Ich glaube, da habe ich es auch hinbekommen, die Läden auf L1 zu legen. Stolz auf mich. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Ähm. Das müssen wir, glaube ich, noch mal zum Anfang. Irgendwas habe ich da vergessen. Hier ging es nämlich auch noch weiter. Das war mir so. Ich bin gerade selber nicht durch. Ach so. Na klar, ich kann durch den Zug durchgehen. Ja, manchmal sieht man die Hand vor auch nicht. Da kann ich nicht. Na klar? Oh, ich kann mich nicht verletzen? Oh, ich kann mich verletzen. Ich kann mich nicht werden. Ich kann mich nicht verletzen. Aber wenn ich immer was, sag ich nichts. Leider wurde also. Ich kann mich relativ rested tun. Ja, ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mitnehmen. Es wird angeblich zwei Items geben in den Tonnen, das sehe ich nicht, aber... Ah, okay. Ist er irgendwo rein in den Zug? Nö. Ich habe gerade nur Sebus da, ich nervte es schon ein bisschen, aber es lohnt sich nicht. Es wird gelassen zu wenig Erfahrung und sich zu selten treffen. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Ja. Ich habe jetzt nicht gewusst, um mit neuem zu kämpfen. Ich habe jetzt nicht gewusst, um mit neuem zu kämpfen. Ich habe jetzt nicht gewusst, um mit neuem zu kämpfen. Ja Leute, wie geht es hier weiter? Achso, ich bin ja auch dumm wie ein Mähdrescher. Ja, unglaublich. Das war gerade wieder mal ein absolutes Fail. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter hier. Ich glaube, dass wir jetzt mit dem Termenmeister liegen. Ich bin ja noch ein bisschen mehr. Ich bin ja auch dumm. 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 Unser Gegner namens Illigor, von dem man dann die Tempfer erst klauchen kann. Ich bin ja auch nie hier gerade. Das war Gewehrs und Gewehrsgegner Ego Die Nachkommenschläge sind schon fast da wo wir hinwollen und als sie damals unter Speichermunk war, wo der Zaun war, dann ist es schon fast da wo wir hinwollen. Das ist die Nachkommenschläge, die wir hier in der Nähe des Hauses befinden. Wie man sieht, hier geht es dann schon wieder die Nachkommenschläge auf den Bahnhof an. Da sind wir schon fast da wo wir hinwollen. Unser Ziel ist damals wo der Speichermunk war, wo der Zaun war, wo wir nach oben gucken konnten, diese Säule wollen schlinder an die Luft sprengen. Ich werde jetzt immer mal auf Klauen gehen. Ich weiß nicht, wer hier Illigo ist. Ich bekomme bei dem Zufall einen Schlagschirm. Eta kann ja auch nicht schaden. Ich hatte das gemacht wirklich nicht so lange in Erinnerung, aber ich stelle mich ziemlich prottlich an. Wenn es hier Eta gibt, scheint das nicht Illigo zu sein. Wenn es hier Eta gibt, scheint das nicht Illigo zu sein. Das Doppelte, was normaleres kommt, ist okay, aber reißt mich jetzt auch nicht so locker. Ich bekomme das hier. Ich habe es nicht so locker daran, dass ich hier Eta gibt. Ich bin der Eta-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad. So, was mussten wir machen, um weiterzukommen? Ich meine, es sah sehr auffällig aus. Was soll ich auf diesen Zug wollen? Was muss der Gingernamts-Vidicor sein? So sieht man neu aus, den werde ich jetzt mal so raus. Ich kann überleben. Das war bestimmt ewig. Nicht tiefer in den Schlaf versetzen. Washed in. Okay. Wenn wir da nur mit Zustandswenderung angreifen, dann finden wir den liebsten Gegner. Ja, da haben wir den Schlauchschuh. Pass auf die Flöte. Ich weiß nicht, ob Schweigen, die sich jetzt nach dem Kampf beihält. Ich hoffe, es geht weg. Ich glaube mich zu erinnern, dass das nicht weg geht. Es ist weg, sehr schön. Tatsächlich ist das viel besser. Jetzt werde ich sie aber in die erste Reihe stellen, oder? Die war nach hinten. Wollte ich gar nicht über den Berg gehen. Gut, er schaudert hier. Wenn ich hier eigentlich das Falsche anklicke. Dann komme ich den jetzt hier weiter. Jetzt ergibt das auch wieder Sinn. Die Geistergegnern kann man natürlich auch noch schöne Dinge klauen. Das ist nicht mehr. Wenn ich die Ere so abziehen, dann stelle ich mit dem Nischkanstein für die nächste Reihe. Okay. Wie steht, wenn man flimmelt, falle ich mich viel häufiger dran. Wie geht's? Ja, wir machen den Scham. Du bist wieder hinter und du gehst wieder vor. Ich will auf Objekte gehen, Leute, ich will nicht das Spiel verlassen. Jetzt reicht's aber langsam hier, sonst... ...gege ich schlechte Lahn, also jetzt haben wir's geschafft. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Platte weiter abstürzt in dem Bahnhof, in dem ich all die Jahre gearbeitet habe und dass ich begraben soll. Aber ich kann unmöglich hier fortgehen. Na, dann lass dich ruhig erschlagen, wenn du so denkst. Wir haben's geschafft, der Pfeiler steht. Warte, hörst du was über uns? Schüsse? Oh, Farad. Was machst du da? Avalanche im Allgemeinen. ... 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 Ich laufe hoch. Eris, du passt auf Wätsch auf. Eris, tu mir einen Gefallen. Ich habe eine Bahn wieder gegen sie. Siebter Himmel. Da ist ein Mädchen, Marlene. Keine Sorge, ich bring sie in Sicherheit. Hier ist es gefährlich. Alle müssen vor Pfeiler weg, schnell. Alle müssen raus aus Sektor 7. Hör mal, ich tue hier meinen Job. Ich muss bis zur letzten Minute hier arbeiten. Ich schätze Männer mit ausgewichtigtem Pflichtbewusstsein. Ich würde gerne bei dir bleiben. Oh, der Pfeiler geht da hin. Ich habe Angst, aber ich glaube, wegen dir hier. Ich darf uns zu Haarik mitfahren. Ja, aber sowas passiert nicht alle Tage. Okay, das wird meine letzte Aktion Laufschlund. Hätte ich mir niemals träumen lassen, dass es passiert. Ich werde gleich morgen kündigen. Hilf mir, mein schönes Plätzchen. Ich hoffe mal, dass wir erfolgreich sind. Ansonsten braucht der Ende nicht mehr kündigen. Ich werde mit der anderen Woche wieder bedauern, denn dann ist hier Ende. Treppe hoch, Cloud. Leg mich nie auf. Was ist denn hier? Cloud, hier ist also egal, was passiert mit dem Planeten? Nein, kein Interesse. Du hast ihn nicht bei den Nado, vergiss es. Du bist verletzt. Du bist verletzt. Danke, Cloud. Sorg dich nicht um mich, Barrett. Sorg dich nicht um mich, geh und hilf ihn. Da drin, ich bin im Abschiff. Das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Wer hat denn hier? Ich habe den Probeller-Roller mit dem Probeller. Ich bin sehr tätig, auch wie an JAS 3 geholt. Wie müssen die denn so viel überleben? Also ich könnte mich nicht ausnehmen. Jim Bears. Oh Mann! Oh my god! Natürlich aber ordentlich Erfahrungsgunker. Naja, 120. Das Gelbe vom Eye, aber ist okay. Nein, ich bin weg. Ich bin froh, dass ich mich gespressen konnte letztes Mal. Ja, ich sag nicht letztes. Das ist okay. Wegen unseren Taten starben viele Leute. Wahrscheinlich ist das unbestraft. Ich bin froh, dass ich vor dem Bosskampf nochmal die AP runterklopfen. Schön, dass die Limitlast noch mal ein bisschen steigt. Ich bin froh, dass die Tiefer klaut. Ihr seid gekommen. Vorsicht, sie greift vor dem Hubschrauber aus. Macht euch besser bereit, bevor sie mit voller Kraft loslegen. Hier sind sie. Ich habe die Taste gedrückt, okay. Das kennen wir doch. Ich bin froh. Du bist zu spät, wenn ich erst diese Taste drücke. Das ist alles, Leute. Mission nach eurer Jagdslust. Wir müssen sie entschärfen. Cloud Barrett, bitte. Ich kann das nicht zulassen. Niemand hat Reno und den Turks in die Quere kommen. Ja, jetzt kämpfen wir gegen Reno von den Turks. Die Welt wird nicht ausgerüstet. So, wenn jetzt eine Charakter an der Pyramide ist, müssen wir den angreifen, damit die Pyramide aufbricht, wenn alle Pyramidenstatus haben zu machen. Hallo an. Ja. Ich kann mir leider nichts klauen. Ich glaube, es wird natürlich überhaupt nicht optimal ausgerüstet. Ich dachte mir, ich kann mir dann eine Ausmacht nachzunehmen. Ich dachte, es kommt wieder Teil, wo ich ein Park-Welt im Menü oder anliegs. Und ich habe einfach X gedrückt, um den Text weiter locken zu lassen. Auch immer tiefer. Ich schlafe von Fuß, einmal angreifen und dann ist die Pyramide schon weg. Kannst du auf die klassische Art und Weise? Wir greifen einfach an, bis man auf die Zeit dreht. Also, die Pyramiden-Shore kann der nicht so viel, das müssen wir nicht unterleveln, was wir passen, denke ich mal. Aber jetzt glaube ich nicht mitleveln. Bei der Pyramide frisst der Charakter keinen Schaden, sonst bin ich nur die Pyramide. Ist ja nicht langweilig. Was ist das? 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 Das ist eine normale Zeitbombe. Cloud, ich weiß nicht, wie ich sie stoppen kann. Versuch das. Das ist keine normale Zeitbombe. Du hast recht, du hast Probleme haben sie zu entschärfen. Sobald ein blöder Idiot sie anfasst, explodiert sie. Bitte stoppe sie. Hahahaha. Nur ein Shinra-Leiter kann das Notfallplatten auslösen, das System einstellen und entschärfen. Halt die Klappe. Das würde ich nicht versuchen, dabei könnte ich unseren Gast hier verletzen. Eris. Oh, ihr kennt euch. Wie schön, dass ihr euch noch ein letztes Mal sehen konntet. Ihr solltet euch bei mir bedanken. Stimmt, die Turks haben doch sowieso die ganze Zeit Eris gesucht und jetzt haben sie ihn. So Zeng ist der Anführer der Turks. Und was hast du mit Eris vor? Ich weiß noch nicht. Unser Auftrag war es, den letzten Verbleibenden des alten Volkes zu finden und zu fangen. Es hat lange gedauert, aber jetzt kann ich endlich dem Präsidenten hiervon berichten. Pifa, keine Angst, sie ist in Ordnung. Eris. Beeil dich und weg von hier. Aha. Na genau, jetzt sollte es anfangen. Meinst du, du entkommst rechtzeitig? Ja. 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 Wenn die Platte hier anfängt runterzukommen, dann ist es zu spät und müssen uns beeilen. Doch, wir kennen dieses Radseil wenn uns nur rauszukommen. Ja. 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 Da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Marlene, Marlene Marlene Pix Wedge Jesse Verdammt Verflucht So, Hölle damit Was zum Henker soll das? Hey, Barrett Barrett Gottverdammt Marlene Barrett Marlene Ich glaube Marlene ist in Sicherheit Wie? Direkt bevor sie sie mitnahm sagte Ehres, ich soll mir keine Sorgen um sie machen Vermutlich meinte sie Marlene Wirklich? Aber Bigs, Wedge, Jesse Sie waren alle auf dem Pfeiler Glaubst du, das weiß ich nicht Wir haben alle gemeinsam gekämpft Ich will sie einfach nicht für tot halten Die anderen Leute in Sektor 7 Das ist doch pervers Die zerstören ein ganzes Dorf nur um uns zu kriegen So viele Menschen starben dabei Willst du damit sagen, dass es deine Schuld war? Weil Avalanche hier war? Unschuldige Menschen haben ihr Leben wegen uns verloren? Nein, Tifa Tifa, das ist es nicht Natürlich nicht Das sind nicht wir Das sind die verdammten Shinra Es war nie jemand anderes als Shinra Sie sind schlecht und zerstören unseren Planeten Nur um ihre eigene Macht zu vergrößern Und dabei reich zu werden Wenn wir uns nicht von ihnen befreien Dann zerstören sie diesen Planeten Unser Kampf ist erst zu Ende Wenn wir uns von ihnen befreit haben Ich weiß nicht Was weißt du nicht? Glaubst du mir nicht? Das ist es nicht Ich bin mir selbst nicht sicher Über meine Gefühle Und was mit dir? Fein Und wo will er hin? Oh, Iris Ach ja, das Mädchen Was ist los mit ihr? Ich weiß nicht so recht Aber ich habe Marlene bei ihr gelassen Verdammt Marlene Tifa, jetzt gibt es keinen Weg zurück Laut Bring mich zu Marlene Musst du Iris helfen? Ja, aber zuerst möchte ich etwas wissen Was denn? Und zwar über das alte Volk Mein Adam fließt das Blut des alten Volkes Ich bin einer der rechnüssigen Erben dieses Planeten Sefirot Ist mit dir alles in Ordnung? Reiß dich zusammen, Mann Gab es nämlich noch etwas, was ich vorhin habe liegen sehen? Genau das hier Feria-Analyse Hier nehmen wir noch mit Hier nehmen wir noch mit Joachim Geh, Gäste, ihr Haus Ihh Vielleicht ist Marlene ja doch was Ja, aber Shinra getan Das war absolut schlecht Wollen wir natürlich mal nix machen Hat der da schon mal so viele Lebenspunkte das Haus? Stimmt, ich habe das auch mal in den Hinterzug gekommen Und weggefährd Ich hab jetzt keine Lust. Ich hab das trotzdem ein bisschen mischt. 72 haben die also. Man sieht, das spielt bisher nicht besonders schwer, aber ich kann sagen, ab der nächsten Folge wahrscheinlich oder ab der übernächsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben gehen. Die kämpfe ich jetzt nie. Der Mitz würde ich gerne behalten. Das passt mir nämlich ganz gut. Trotz des Lärms, was du weitergemacht hast, sei nicht. Du bist wirklich zugemacht haben. Durchgemacht haben, abzustimmen. Schnief, schnief. Erst hörte ich am Poltern, dann ein Krachen und dann bumm. Ich hatte solche Angst. Das glaubst du. Du kannst dir endlich am Boden von Midgard deinen Lebenshundern zusammenkratzen und plötzlich kommt so ein Riesenteil runter. Oder was nun? Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wo könnten wir hin? Ich könnte mal neue Substanzen kaufen, wenn ich einmal hier bin. Und jetzt mal so schadiert Objektladen. Mord wie ich diesen bräuchte mal mehrere Leben und sie wäre immer noch nicht genug. Wie wär's mit etwas Materia? Du hast Hitze, dann nimmst du noch Gewitter. Nächste Zelte. Wir tun die Genesung mal dazu. Schuhstatt-Analyse-Schutz. Analyse brauchen wir nicht. Lassen wir gleich dazu einen Guide-Aufruf. Und zwar sind die Gegner nicht so wichtig, dass man das machen muss. In ihrem Haus geht's weiter und das machen wir beim nächsten Mal. So. Jetzt haben wir schon noch die Schlüsselobjekte. Also, wir sind von der Kanalisation gekommen. Wir sind über den Eisenbahnfriedhof gegangen und haben erfahren, was Schindra vorhat. Schindra hat's durchgezogen und jetzt müssen wir geschockt den Schock verarbeiten und schauen, wie es weitergeht. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.